Wir besuchen heute morgen den Umzug der Wanderbäume in die Nervia-Straße. Guten Morgen Erhatzi Vassiliadis, ich hoffe ich habe deinen Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ihr seid von Grünberg und setzt hier die Bäume um und wässert die auch. Gab es in der Zwischenzeit seitdem die Aktion läuft Reaktionen von den Anwohnern darauf? Also im Moment ist das Pro und Contra in der Waage, aber man merkt schon, dass Autofahrer sich richtig Gedanken machen. Gerade hier rund um den Hörner Neumarkt ist sowieso Parkplatzproblem vorhanden und es ist ein bisschen schwierig die davon zu überzeugen, dass das auch nicht eine ganz gute Aktion ist, dass man hier einfach mehr Grün reinkriegt. Super, danke. Gerne. Es melden sich bei uns auch viele Bewohner und Bewohnerinnen, die die Wanderbäume-Aktion und die Straßenbäume richtig gut finden. Das geht schon. Einen haben wir noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020